ja recht herzlich willkommen zu einer neuen folge xcom und es ist zwar schon glaubt schon die dritte folge genau der walter sah hat sich gerade schon zu wort gemeldet den möchte ich ganz recht ganz recht herzlich begrüßen ja herzlich willkommen das ist schön dass ihr wieder mit dabei seid natürlich auch mit dem eisreiter und ich bin gerade beim ersten zug ich noch nicht ich habe noch den vorspann echt jetzt ist nicht dran okay das sieht aber nicht gut aus aber du bist erst dran also wir spielen diesmal die karte polizeiwache nur zur info falls ihr euch fragt was wir oder wo wir sind also eine neue karte nachdem wir ja am friedhof das letzte mal gemetzelt haben so ich bin auch gleich durch mit meinen männchen ich habe auch als info für die zuschauer habe ich einfach mal ein männchen ausgetauscht und zwar ich habe ja dieses alien gab diesen sektoiden und den habe ich erst mal wieder rausgenommen haben ausgetauscht gegen einen menschlichen spieler also beziehungsweise gegen menschen so du bist dran ja ich lauf schon los ich versuche alles richtig zu machen also ich habe mir gerade mit die karte angst oder brennen hier ist sogar schon ein paar autos hier gerade nicht dann wahrscheinlich wird wahrscheinlich bei dir nicht anders ja ich habe beim startpunkt so ein richtiges wrack gehabt so kartengröße könnte fast dieselbe sein wie das letzte mal habe ich auch so die vermutung habe ich auch die vermutung dass das so groß ist so ich glaube dann bist du ein habe ich noch so jetzt müsstest du aber dann dran da sein ich bin dran wunderbar stellt sich immer die frage weil da passiert ist dass alle brennt und so ne ja schauen wir mal vielleicht brennt gleich noch mehr wer weiß was du da wieder für flammenwerfer mitgenommen hast oder so ja wie gesagt fast dasselbe team bis auf einen habe ich ausgetauscht aber der hat glaube ich ich weiß gar nicht hat er etwas besonderes an waffe ich glaube den habe ich nur ein gewehr gegeben muss ich glaube mal gucken das ist schade dass man jetzt durch seine leute nicht durchswitchen kann wenn man nicht mehr am zug ist ja das ist manchmal wäre schön sich die wenigsten anzugucken was da gerade so aktuell wo steht weil die zeit ist doch ein bisschen knapp bemessen gerade im anfangsstadium von dem spiel wenn man noch alle männchen hat da muss man doch ein bisschen zügig sich bezüglich beziehungsweise bei allen mit den zügen sich bei einer schwere sachlage das wird sich bestimmt irgendwann ändern was passiert jetzt hier warum läuft er nicht irgendwie weiß ich auch nicht jetzt aber also manchmal ist es schon ein bisschen komisch ich glaube jetzt hat bei dem einen keinen zweiten zug gemacht naja dann müsstest du jetzt wahrscheinlich dran sein so ist es na schade egal dann haben wir halt eine vorhut und eine nachhut naja dann so so Ich bin hier mal gespannt. Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Das habe ich gehört. Ich glaube, das war eine Glasscheibe. Aber die macht wahrscheinlich auch ziemlich weit Krach, gehe ich von aus. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, dass die Schritte so weit hörst. Da hörst du eher die Glasscheibe so weit. Ja, das kann schon gut möglich sein. So, der. Aber das können ja dann die Zuschauer überprüfen, wie weit man das hören kann, wenn wir beide Teile hochgeladen haben. Das ist richtig. Das wäre dann möglich. Das ist irgendwie für meinen Geschmack ein bisschen zu ruhig. Das wäre absolut nichts. Okay. Interessant, dass es nicht geht. So, jetzt will ich hoffen, dass ich ihn diesmal zweimal bewegen kann. Komischerweise geht es jetzt. Was ich da geschafft habe, weiß ich auch nicht. Ob das ein Doppelklick war oder irgendwie sowas. Dass das nicht funktioniert, ist schon ein bisschen doof, ne? Okay. Irgendwo ist da einer. Ja. Zum Glück daneben. Der hat auf dich geschossen, der da irgendwo ist. Der da irgendwo ist, ja. Da muss ich jetzt mal gucken, wo das sein könnte. Ach, das ist immer so schwer zu beurteilen. Ah, ich weiß, wo es war. Da muss das gewesen sein. Hast du noch nicht gesehen, oder was? Ja, ich habe zwar gesehen, wo er stand, so ungefähr, aber das muss man ja dann auch erst mal lokalisieren, ne? Ach so, wurde nicht angezeigt. Ich habe gedacht, so auf der Karte sehe ich ihn jetzt noch nicht, komischerweise. Liegt das vielleicht an der Position, wo du gerade bist? Könnte sein, ja. Zehn Sekunden, aber du wirst schon dran. Weil einen habe ich jetzt schon gesehen, von denen es ist... Okay. Naja, aber kann ja nichts mehr lang dauern. Jo, dann geht's gleich rund. Mhm. Was war das? Das war derjenige, den ich gesehen habe. Ey, der hatte totale Deckung, in Anführungsstrichen. Ja. Und... Hat mich auch ein bisschen gewundert. Ist ja echt krass. Du hast durch die Wand geschossen, oder wie sehe ich das? Eigentlich war ich der Meinung, ich hätte durch die Tür geschossen, aber ich sehe da... Die Tür ist ja noch heil, sehe ich gerade. Deswegen, du hast durch die Wand geschossen, finde ich etwas Buggy dann. Also den an der Tür sehe ich. Hä? Oder war das ein Glückstreffer? Vielleicht auch das, aber... Weil es sind nämlich... Zwei werden angezeugt. Ja. Jetzt ist die Tür kaputt. Oder? Ja. Und der stand bestimmt nur drei Schritte neben der Tür. Naja. Okay. Daneben, du glaubst es doch nicht, ey. Das ist da. Und da ist da. Schwierige Sachlage. Ich muss erstmal den nächsten Club nehmen. Ich lass mal da. Der kann gar nichts, oder was? Das ist auch gut, ne? Welche? Ja, der Spieler hier, die Figur, der hat nichts Besonderes bei sich, in Anführungsstrichen. Die Spielfigur, natürlich. Ich bin ja der Spieler. Ja. Wo geht der denn lang? Oh Gott, naja, okay. Äh. Auch doof. Naja, kann ich auch nicht ändern. Ich hab doch einen mit dem Medikit. Sag jetzt nicht, der, der da liegt, ist das mit dem Medikit. Das wär ja natürlich super, ne? Ja, solltest du aber mindestens zwei haben. Tja. Weil das Problem ist, wenn der down ist, kann ich das nicht mehr verwenden. Ja. Andere würden denen natürlich das Medikit abnehmen, ne? Aber das passiert ja dann nicht. Nee, das geht leider nicht bei dem Spiel. Das find ich auch irgendwie doof, dass man die Waffen noch nicht übernehmen kann. So. Okay, das funktioniert halt erstmal nur so. Das ist wirklich so, dass du mir meinen verletzten Sanitäter sozusagen kaputt gemacht hast. Echt? Ja. Pech gehabt. Ja, kann er sich selbst verwunden, ne? Aber das will er wohl nicht. Okay. So. Wenn man den jetzt wenigstens einsehen könnte, ne? Dann wüsste man das. Aber das geht ja noch nicht mal dann, ne? Wie bitte? Du kannst den Spieler, der am Boden liegt, den kannst du ja noch nicht mal einsehen, glaube, ne? Nee, geht gar nicht. Das ist, ich sag's, also manche Sachen, die sind nicht so schön gelöst. Ja. Mist. Das war ein Brett. Okay. Nein, nicht nochmal. Daneben. Ah. Aha. So, 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 nach oben geht's. Jetzt hab ich... Hä? So, aber durchblättern nützt nix. Ich kann den, der am Boden liegt, nicht mehr angucken, wahrscheinlich, ne? Nee. Voll doof. Okay. Respekt. Gleich liegt der Nächste da. Okay. Was mach ich mit dem? Gute Frage, ne? Ja. 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 Da treibt sich ja noch einer rum. Da treibt sich noch einer rum? Ja, den einen hab ich nicht gesehen, der den als Letztes gezogen hast. Okay. Dicht. Der war mir total aus der Sicht. Mhm. Oh, was denn jetzt? Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Ach, ich kann da ja nochmal zurück. Hä? Na, komm schon. Zeig nicht nur an, sondern lauf da auch hin. Wunderbar. War's da schon, oder hab ich noch einen? Ne, war's schon. Du bist am Zug? Jo, bin schon dabei. Okay. Ja, ich muss mein Team dann doch nochmal umbauen. Ja. Einen zweiten Sunny kriegen und einer muss es weniger werden, damit man da ein paar Punkte mehr hat. Ja, also du musst auf jeden Fall irgendwas bei der Ausbildung machen. Also du kannst ja dort ein bisschen hochleveln. Ja. Ja, da muss ich mir die vorherigen Videos angucken, wer wie gut war oder schlecht war. Das kann man ja dann gut analysieren, wenn man das aufgenommen hat. Ja. Ja, wieso bewegt denn das sich jetzt nicht so, wie ich will? Ja, meint mir schon ein bisschen komisch. Ja. Ne, dann müssen wir das so machen. Nein, da war eine Feldpost, Mist. Daneben. So ein Shit aber auch. So. Ich muss dann immer mal ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen, weil ich nachladen musste. Was war das? Hat die Tür da aufgemacht. Ja. So. Okay. Wer ist jetzt drunter? Ja. So. So. Das ist doch nicht wahr, oder? 72% und die schießt daneben. Oder auch der. Das war ja im Singleplayer-Modus war das aber genauso, dass du bist ja manchmal vor den Airlines gestanden und die haben daneben geschossen. Ja. Daneben. Bist du dran? Nein. Warum springt der so weg? Doof. Der hat voll weggeschwenkt. Ich weiß nicht warum. Okay. 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 So war es das? Ja. Schauen wir mal, ne? Ja. Ja. Kein richtiges Schussfeld habe ich mit dem jetzt. Das ist nicht so gut. Aber du triffst ja trotzdem. Ja. Sogar manchmal durch Wände. Gibt es irgendwelchen Gründen. Und daneben. Wand weggeschossen und daneben. Mist. Schaufschütze. Das ist nicht gut. Aber das wird nichts. Siehste. Habe ich mir gedacht. Ich muss die Ausbildung fördern. Jetzt steht er immer auf und setzt sich wieder hin, den du gerade angegriffen hast. Ja. Voll interessant. Der hat wohl irgendwie eine Pistolenkugel noch hinten im Hintern oder so. Shit. Das war nicht gut. Und da nochmal daneben. Wie heißt die Dame? Die ist raus. Auch schön. Tja. Geht nicht. Wer ist da? Du hast dich ziemlich gut verschanzt. Ich sehe nämlich im Moment nur noch zwei von dir. Aha. Das war die Nummer eins ich sehe. Das ist echt traurig. Okay. Du bist. Du. Du. Ich fahre jetzt im Vormarsch. Wie kannst du hier noch? Jo. So. Wo ist denn der Rest von dir? Das gibt es ja von eins. Wer hat sich zu wollen. Oh Mist. Ja. Darf auch mal sein. Wieso soll es mir anders ergehen? Ja. Aber deine Trefferquote ist doch bei Weitem besser. wieder daneben. Was sonst, ne? Ist schon krass. Ach, ich. Wieso? Du sollst vielleicht nicht mit Leuten vorangehen, die eine leere Waffe haben. Ah. Ah. Du musst sie nämlich gerade mal nachladen. Okay. Aber die kann feuern. Ja, leider konnte ich nicht sehen, wo sie hingeschossen hat. Aha, da vorne. Okay. Ich kriegte nämlich die Frontansicht von ihr und mehr auch nicht. Ach so. Das ist ein bisschen doof gewesen. So. Du bist dran. Das ist doch nicht wahr, oder? Das kann's nicht sein, ey. Das müssen wir aber beim nächsten Mal ändern, ey. Ja. Das Team ist von dir ein bisschen zu schwach. Ja. Wir könnten's ja das nächste Mal auch so machen, dass wir vielleicht genau das gleiche Team gegeneinander antreten. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ja. Weil das kann ja echt nett sein, dass sie da ständig daneben schießen. Also die müssen ja alle... Wieder daneben. Okay. Und ich hab eigentlich so ein bisschen natürlich auf defensiv, also eine bessere Rüstung sozusagen, ausgesucht. Da tust du natürlich die Punkte dann vielleicht auch blockieren, ne? Ja, das kann gut möglich sein. Das ist auch so. Mhm. Ja, voll daneben. Aber okay. Und nochmal daneben. Auch nochmal. Schön. Das Blatt wendet sich. Schaut meiner so aus. Jetzt muss ich doch mal kurz Medizin zu mir nehmen. Mhm. Nein. Mit dem kann ich nicht feuern. Das ist... Noch einer weniger. Ja. Ach so. Guck mal. Das sah jetzt eben so aus, als ob es doch jemand anders gewesen wäre. Aber naja. Und das läuft jetzt ziemlich doof. Einmal bitte nachladen. Auto ist explodiert. Und Gegner am Zug, meine letzte Person. Ach so, der andere liegt am Boden. Der andere liegt am Boden, ja. So. Ich denke, es ist auch fertig, oder? Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe hier noch einen... Muss mal gucken, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie da der Nachladestatus ist. Zum Beispiel mit dem, den ich jetzt gerade habe, da sehe ich dich gar nicht. Ja. Da kann ich gar nicht auf dich feuern und so. Dann laufen wir da rüber. Aber jetzt kann ich folgen. Na klar. Gut. Meter vom Auto, ey. Noch nicht mal die Windschutzscheibe getroffen. Das war auch daneben. Interessante Position da. Eigentlich hätte der... Heute haben wir anscheinend, alle keinen Bock mehr zu treffen. Aber der kann nicht treffen. Ja, das wird so sein. Genauso ist es. Die hat die beste Position von oben herab. Das war es dann wohl. Leider haben wir wieder eine Niederlage für mich. Aber extrem diesmal. Meine Taktik ist nicht aufgegangen. Ich hatte gedacht, ich versuche es mal, mich hinten rumzuschleichen. Aber das funktioniert auf der Karte nicht gut. Ja, man pumpt so schnell auf den Gegner. Genau, so ist es. Das hat hier nicht geklappt. Okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, genau so ist es. Recht herzlichen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.